So, nächste Folge von Factorio. Alles ist gebaut. Ich baue noch ein paar mehr solche Lichtbogenöfen. Ich würde mich zwar wieder Teufelsküche bringen, weil ich muss ich muss noch mehr machen. Ich muss noch mehr von den Kupferplatten hier bauen. Das geht aber hier so nicht. Was ist jetzt? Ich muss irgendwo einen Cut rein machen. Ich muss das auch anders bauen. Und zwar Hier muss ich es auch anders bauen. Und zwar so. Und dann muss ich es hier Und der stelle ich auch nochmal anders bauen. So. Nächstes erforscht. Dann machen wir das da. So. Ach. Diese blöden Steine. Woher kommen diese Steine nur? Ich gebe mal ein paar von denen jetzt. Ich mache es auch wurscht. Ich mache es auch wurscht. Ach. Mist. So. Und zwar sollst du nur Kupfererz. Und nur Kupfererz. Steine können von mir aus zum Teufel gehen. Ich muss ja echt aufpassen. Der hat jetzt auch wieder Stein drin. Ich ersetze dir jetzt eine Olle. Ich habe jetzt keine Lust danach zu suchen woher der Stein kommt an der Stelle. Ich weiß es nicht. Ähm. So. Was brauchen wir? Wir brauchen sowas da. Und jetzt brauche ich wieder dreimal den da. So. Ich gebe mal her. So. Das ist das erste Mal gut so. Jetzt brauche ich, ähm. Hier nochmal so einen Lichtbogenofen. Und nochmal so eins. das müsste eigentlich so funktionieren wie ich mir das gerade vorstelle. Hoffe ich mal. Werden wir gleich sehen. Es tut so wie ich das will. Und zwar jetzt verbrauchen wir hier mal die roten wieder ein bisschen. Dann eine Kiste bitte. So. Jetzt funktioniert das auch. Es muss ja nicht so unglaublich viel sein, aber dafür reicht es erst einmal. Ich bin aber trotzdem noch nicht so wirklich satisfied. Woher kommt der scheiß Stein immer? Kein Schimmer. Kommt der da eh irgendwo mit raus? Weil hier vielleicht ein Stein ist. Sammelt der nun? Aha. Da haben wir den Übeltäter. So. So füllt das mir Stein raus. Und zwar da rein. Müsste ja schnell genug sein. Hoffe ich. Zur Not. Machen wir es lieber so. Über Vorsichtshalber mal so machen. Wir haben mehr als genug davon. Von daher ist es egal. So. Jetzt dürfte hier eigentlich kein einziger Stein mehr durchkommen. Hoffe ich zumindest. So. So. Back zurück zum eigentlichen. Was ich hier machen wollte. Das mit den Batterien hat sich erledigt. Aber dafür brauche ich auf jeden Fall Schwefel-Säure. So. Jetzt bauen wir hier auf alle Fälle nochmal so ein Teil. Einmal so. Einmal so. Hätten wir gleich ein paar mitnehmen können. Ein paar Mosten. Dürften ja jetzt schon einige fertig sein. Nehme ich an. Ja doch. Nehme ich alle mit. Ich würde mal so ein Ding bauen. Nur um zu sehen wie groß das ist. Uh. Das ist natürlich schon. Das ist eine Hausnummer. Das baue ich mal so hin. Mhm. Jetzt brauchen wir hier also noch ein Wasser am Schluss. Alles klar. Äh. Ach. Jetzt habe ich keine so beschissenen Motoren mehr. Okay. Wurscht. Dann bauen wir normalen. Dann bauen wir normale Pumpe. Davon können wir mehr als genug bauen. Ah. 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 Das habe ich vielleicht sogar cool gemacht jetzt an der Stelle. Tja. Passt er perfekt ran. Ich wünschte nur. Ich könnte einfach nur. Aha. Okay. Moment. Das ist jetzt interessant. Ähm. Leichtöl im Petroleum auf. Da brauche ich überall Wasser dafür. Das geht mit. Ah. Es wird kompliziert gerade, ne, ähm. Ich brauche auf jeden Fall überall Wasser. Ich muss davon noch anders bauen. Machen wir ganz anders. Das ist nur hier Platz. machen so bauen so so warum hier noch da so so da kann ich wieder abzweigen dann mit wasser da da Ah. Das ist wieder ganz blöd. So, hier. So, und so, wobei, ne, ähm, ähm, Aha, doch, 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 das ist, das ist, äh, gar keine so eine blöde Idee jetzt. Mal ein paar Tanks bauen. Den einen platziere ich jetzt hier vor. Auf jeden Fall, jetzt machen wir so. 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 Zack. Scheiße. Äh. So. 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 rum. So. 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 und jetzt. Hier müssen wir es so machen, damit es. so. so. was jetzt gebaut ist. Da braucht trotzdem noch mehr davon. Bau mal. Und jetzt das da ran. Geht das bisschen runter? Das geht. Aber ich baue noch einen zweiten Tank, weil der wird zu schnell voll, das weiß ich jetzt schon. Beziehungsweise ich baue sogar vielleicht einen hundtritten, ja. So. Jetzt werden die drei gefüllt. Jetzt brauche ich hier noch welche. Das war mir jetzt, das war. Schwiefer. Du hast einen Schwell. Und dann habe ich noch die Füll. Die Füll. So. So. Und dann habe ich noch den Schwell. Ich habe noch den Schwell. Das ist ein Schwell. So. So und so schnell geben meine Eisenblock wieder aus, aber das ist kein Problem. Ich würde sagen wir verbinden die drei Ausgänge und der Stolle genauso wieder wie wir sie da oben verbunden haben und jetzt brauche ich aber nochmal welche bis hier her und das reicht. Gerochen ist so um das zu bauen. Next sind Batterien. Okay also dann neuer Plan. Was für ein Gebäude da unten. Nächster Plan ist erstmal Eisenplotten holen. Beziehungsweise. Aber ich brauche trotzdem Eisenplotten nichtsdestotrotz. Sollte vielleicht mal eine größere Kiste bauen. So. Und die? Keine Ahnung. Da hin. Ich habe doch so viele Robots gebaut, die sind sicher nicht alle im Einsatz gerade. Oder? Ne. Da sind nur 29 drin. Das heißt wir brauchen wieder eine aktive Anbieterkiste und eine Anforderungskiste. Okay. So machen wir erst so. Anbieterkiste. Gut. Dann sind die. Ich mache es mal so. So weit wie es geht auseinander. Okay. Das ist das Maximum. Baue ich hier unten hin. Pfeife ich hier die Hälfte rein. Und dann bauen wir das wiederum irgendwo hier hin. Wo wir an beide Ressourcen relativ leicht rankommen. Das ist dumm. Das ist dumm. Muss ich erst Schwefelsäure machen. Ich saudeb. Okay. Andersrum. Oh ich dödel. Warte mal. Hier geht es doch schon wieder nicht weiter. Was ist denn jetzt wieder? So geht es denn hier jetzt wieder nicht weiter. Ist doch tankvoll. Moment. Habe ich hier auch Freude? So. So tut er jetzt wieder. Wo wir jetzt hier haben. So. Okay. So. 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 So ist es jetzt wieder da. So. So. Jetzt haben wir hier das Problem. Ja, jetzt tut er auch wieder, Mann, oh Mann, ich habe hier noch Schwefelsäule auf Roll D, dann können wir es doch so machen. Ja, dann... Ich muss Schwefelsäule sowieso noch produzieren, von da her. Wenn wir dann noch mal die bauen wollen. Ich sollte auch mal wieder forschen. So, dafür brauche ich überall schon. Dafür auch schon. Dafür auch schon. Mobiler Drohnen erlaubt dem Spieler die Benutzung von Baurobotern aus einem Traumbau-Roboter-Hangar. Ah, 500, 200. Ich glaube, wir müssen anfangen, die Dinger hier zu produzieren. Das dauert jetzt eine ganze Weile, bis die gebaut sind. Okay. Das heißt... Das machen wir jetzt dann auch mit Robos. Ich gehe mal Strahlträger holen. Okay. Blau haben wir ja jede Menge gerade. Dann ähm... Was ist das? Das ist es nicht. Ähm... Interessiert mich nicht. Fusions interessiert mich nicht. Ah... Dann fahr schon mal das da. Bitte mal Stahl holen. Ich bin ganz klar. Und den Wind drauf drauf vorher. Okay, jetzt haben wir von dem blauen auch schon so viel, das ist schon, was brauche ich für die da dann eigentlich? Alien-Artefakt. Ich habe noch nicht ein Alien-Artefakt. Ich habe auch noch keinen einzigen Gegner hier auf der Karte gesehen. Wo waren die Radare? Radar. Bauen wir dann da von fünf, zehn, na fünf. Boah, die Zeit fliegt. Ähm. Ja, weiter geht's bei Fallout. Ich würde sagen, Faktorio in der nächsten Folge. Wir gehen langsam so auf das, äh, zu, wo es dann, wo wir dann aufs Ende kommen. Aber das wird wahrscheinlich noch da und so, wie ich mich kenne. Und wir müssen Aliens suchen. Ich habe noch keinen einzigen auf der Karte bisher gesehen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.